Autobahnpolizei ist Monatow 3. Wir verfolgen hier gerade Schwerverbrecher, die irgendwie sinnlos, willkürlich auf der Autobahn die Spur wechseln. Das ist sehr gefährlich, deswegen müssen wir die Hand anlegen. Ich glaube schon. Also erstmal die Dokumente überprüfen. So, kommen wir mal hier. Ja, Gesicht sieht nach Gesicht aus. Ist wohl ein vorhandenes Gesicht da. Ja, dann Führersteinerklasse Bertha. Bertha ist auch da. Und Schulz Markus. Ja, wer da, also wer so heißt, der ist gestraft fürs Leben. Ey, ich will den Namen nicht damit tauschen. Also gut, dann eben, gucken wir mal hier. Wollen wir Drogen gucken. Haben Sie Drogen oder andere Rauschmittel konsumiert? Würde ich nie tun. Ja, jetzt komm. Der ist harmlos. Clean. In Ordnung. Das glaube ich Ihnen. Ich werde ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Am Ende, am Ende, pass auf, am Ende ist er nämlich nicht clean. So, fangen wir mal mit dem Reifenprofil tiefer an, hier hinter der Achse. Hau rein. Sieht auch gut aus. Warum haben wir den nochmal angehalten? Ich weiß auch nicht, ich dachte... Ich hatte da so einen Verdacht. Oh, 1,26. Dann ist er auch nie geladen, da ist er auch noch wieder. Verband Dostkastus. Ja, da sieht gut aus. Nicht offen. Und haben wir hier. Okay, Among Wins. Das Spiel für die ganze Familie. Das ist eindeutig ein Familienvater. Also, komm Leute. Als ob. Als ob. Der hat doch nichts. Den können wir weiterfahren lassen. Ja, komm. Kontrolle beenden, weiterfahren. Kontrolle ist beendet. Gute Fahrt. Hier, guck an. Also, das ist wirklich... Das war ja mal der Reinfall. Wer hatte denn die Idee, bitte, die Person zu kontrollieren? Also, die Person, die gehört gestraft. Derjenige, der die Idee hatte, die Person zu kontrollieren. Die Person gehört gekreuzigt, gestraft. Ich weiß nicht was. Wir fahren hier wirklich im Kreis. Wir sind hier schon mal hochgefahren. Ich war hier schon wieder hoch. Es ist immer wieder dieselbe Kreuz. Es ist immer wieder dieselbe Autobahnkreuz. Ich bin schwer begeistert. Heute haben wir ein berechtigtes, existentes Déjà-vu. Das ist ja richtig cool. Naja. An sich sagt, wir brauchen noch ein Bandfahrzeug. Verdammte Scheiße hier. Sorry. Ich hasse diese Dinger. Warum... Die spawnen auch immer nur, wann sie wollen. Ich habe aber auch keine... Keine Ambitionen, da XP für auszugehen. Mal gucken. Warten wir noch auf den nächsten Aufbauunfall. Machen wir den noch mit und dann gucken wir mal. Jowo. Also, man will sich recht überholen und so. Du bist zwar die Feuerwehr, ne, Kollegen? Aber hier geht's mal ab, hier. Genau, da ist nämlich tatsächlich die Notrufsäule und das Wahnreieck. Kommen, die holen wir uns jetzt. Notrufsäule und Wahnreieck, die holen wir uns jetzt. Und creature engine. Das muss auch sein. Okay. Kommen, nie. Okay. An alle Einheiten. Uns wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Ursache unbekannt. Wer kann das übernehmen? Das ist nicht euer Ernst. Ich wollte gerade das Zeug einsacken. Nee, natürlich ist mir das wichtiger. Wir wollen ja weitermachen hier. Tschüss, Gütehändchen. Das war's. Und Litfaßsäule, sage ich schon genau. Und Notrufsäule. Warum sage ich mal Litfaßsäule? Was geht denn da? Litfaßsäule ist was ganz anderes. Das ist mir wohlgemerkt, dessen spät ich stets bewusst. Ja, Gefahr. Ich fahre Auto. Ich weiß. Das ist ja noch eine Ente. Oh, hier müssen wir öfter rumfahren. Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Das ist ja schön für euch. Sonst noch was? Nein, das war vorerst alles. Drei Fahrzeuge. Drei Fahrzeuge oder zwei. Ich habe nur drei verstanden. Wo? Ja, weil hier die Handbremse angelegt und ins Bremspedal gedreht. Kollege, du bist aber nicht mein Dienstwagen. Was geht denn mit dir? Ach ja, ich liebe es. Unfallstelle absichern. Meine Lieblingsquests. Und was machst du in deiner Freizeit so gerne? Ach, ich sichere gerne Unfallstellen ab. Bist du bei der Feuerwehr tätig? Nee. Ich spiele Autobahnspolizeisimulator 3. So, erst der Unfallfotos. Das sind eindeutig vier Fahrzeuge mit verwickelt. Eindeutige Müdigkeit am Steuer, oder? Oh, das ist ja. Okay. Okay. So, noch irgendwelche Beweismodelle. Oh, guck mal, ein Smartphone. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Da ist ein Smartphone aus dem Auto gewurzelt. Na, da schau mal an. Und? Na, was haben wir denn da? Schon wieder diese Steine. Ich frag mich immer wieder, haben die eigentlich in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung? So, sprich mit den Beteiligten. Dann sprechen wir mal mit den Beteiligten. Oh, noch mal. Was haben wir denn da? Drei beteiligte Fahrzeuge oder was? Und drei unterschiedliche Ursachen, die es sein könnten oder was? Spiel, du bist manchmal auch ganz, ganz, ganz schlau, ne? Also, ich würde schon sagen, hier, zwei keine Warnweste, zwei Warnweste. Es muss erstmal hier bestraft werden. Also, es geht ja gar nicht hier. Ich war nicht wirklich am Unfall beteiligt. Ich bin nur gerade an beiden Fahrzeugen vorbeigefahren, als es passiert ist. Aha. Haben Sie vor dem Unfall etwas Ungewöhnliches beobachten können? Ich hab was gesehen. Ja. Ich weiß aber nicht, was es war. Es schien von oben gekommen zu sein. War es vielleicht das hier? Ich... Vielleicht? Oh Gott. Äh... Nachhaken? Gehen Sie einen Moment in sich. Es war... Eckig. Ja, genau. Es war nicht sonderlich groß. Es war eckig, nicht sonderlich groß. Oder braun gewesen sein. Okay. Vielen Dank. Das hilft uns wirklich weiter. Total. Das sieht ja recht eindeutig aus. Vielen Dank. Das war's erstmal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Ich will ihn noch bestrafen wie in der Warnweste? Hallo? Geh ja gar nicht hier. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Glauben Sie mir. Ich bin genauso überrascht von den Ereignissen wie Sie. Eben fahre ich noch nichtsahnd dahin und dann... Boom! Auto kaputt. Toll. Hatten wir schon mal. Äh... Könnte es sein, dass Sie während der Fahrt abgelenkt waren? Nein. Ich war total auf die Straße konzentriert. Sagen Sie Halle. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Haben Sie eventuell etwas an den Fahrzeugen um Sie herum bemerkt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Vor mir war viel Platz und ich habe genau auf den Verkehr geachtet. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Es scheint aus Ihrem Wagen geschleudert worden zu sein. Definitiv nicht. Gehen Sie einen Moment in sich. Ich kann Ihnen nur leider trotzdem nicht mehr sagen als gerade eben. Also schön. Haben Sie diesen Stein schon mal gesehen? Er lag auf der Straße und könnte mit dem Unfall in Verbindung stehen. Gesehen habe ich den nicht, aber es ging auch alles so verflucht schnell. Es flog einfach was auf mich zu und Sie wissen, wie es weiter ging. Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Das, was auf Sie zukam, war das eher rund oder eckig oder lang? Es war eckig. Ja, genau. Es war nicht sonderlich groß und könnte rötlich oder braun gewesen sein. Damit haben wir eindeutig unseren Übeltäter. Zumindest den Teil, den derjenige hinterlassen hat. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Und wieder starten Spaß auf. So, dann machen wir mal die Dritten hier. Sorry, da sind Sie klar. Man ist mir reingefahren. Ach was. Äh, okay. Wie? War da vielleicht irgendeine Art von Hindernis? Gesehen habe ich nichts. Konnten Sie vielleicht im Rückspiegel etwas sehen? Ich habe eher etwas gehört. Geknallt hat es nämlich schon, bevor mir jemand aufgefahren ist. Das ist interessant. Am besten schauen wir uns nach weiteren Hinweisen um. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Wie nah war das andere Fahrzeug an Ihnen dran? Da war schon ein gewisser Abstand zu meinem Wagen. Oh, das war nicht der Abstand. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Nein, ich war total auf die Straße konzentriert. Ja, irgendjemand muss unterdenken. Sind Sie sich wirklich sicher? Es war wirklich so, wie ich gesagt habe. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Weitere Fragen. Komm, frag mal jemanden an die. Das war in der Nähe des Unfalls. Ist das Ihres? Nein. Noch nie gesehen. Okay. Ich glaube Ihnen. Sie tragen Ihre Warenweste nicht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie die Außerhalb des Waren seiner Autobahn immer tragen. Oh, Sie haben völlig recht. Muss mir wegen all der Aufregung wohl entgangen sein. Passiert ganz bestimmt kein weiteres Mal. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Danke. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Bleiben Sie bitte in der Nähe, falls wir weitere Fragen haben. So, last but not least. Ich grüße Sie. Was ist hier passiert? Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Ja, ist okay. War da vielleicht irgendeine Art von Hindernis? Ich konnte nur das Fahrzeug vor meinem sehen. Wenn etwas auf der Straße war, dann weiß ich es nicht. Könnten Sie sich vorstellen, dass dieser Stein den Unfall verursacht hat? Ich... Nein. Ich habe leider keine Ahnung. In Ordnung. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Ich habe das hier am Unfallort entdeckt. Gehört das Ihnen? Definitiv nicht. Oh, irgendjemand muss es doch mal... Konzentrieren Sie sich. Alles kann wichtig sein. Leider habe ich trotzdem keine bessere Antwort für Sie. Das Ding, der liegt einfach da und das gehört keinem. Okay, ja gut, dann ist es halt so gut. Wir sind auf der Autobahn. Ich meine, hier wirft man auch Bürostühle weg. Aber das ist... Okay. Äh... Ja. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. Gut. Ähm... Mittelschwere Unfall bei A75 Auswart. Ludo. Ja... Dann machen wir mal die Skizze. Komm, ich habe da keinen Bock mehr drauf, Leute. Dann gehen wir mal auf, oder? Hi, it's me again. I'm back. Let's talk, A.Z. Do you have to turn... Können wir los? Jo. Ich habe alles, was ich brauche. Und? Was denkst du? Stein, Geständnis, Stein, Fund, Stein, Geständnis, Stein, Geständnis. Dieser Stein wurde von der Brücke geworfen und hat das Auto betroffen. So kam es zum Unfall. Leider wird es schwierig, den Täter zu finden, weil der oder diejenige nun längst über alle Berge ist. Du hast recht. Falls wir es hier allerdings mit einem Wiederholungstäter zu tun haben, hören wir sicherlich noch von dieser Person. Haben wir ja schon mal. Ich will den Täter zwar kriegen, aber nicht auf Kosten eines weiteren Unfalls. Dann hoffen wir wohl beide, dass es nicht so weit kommt. Und was diesen Unfall hier angeht, gute Arbeit, Partner. Ich weiß nicht. Anscheinend habe ich da echt gute Arbeit geleistet. Was ist alles das letzte Mal? WTF, ey. Jo, und schon geht der Pkw... Oh, nee, schon geht der Autofahrer wieder hier los. Das geht ja gar nicht hier, Leute. Pannenfahrzeug. Ja, das wird wohl erstmal nichts mehr. Nächste Folge eventuell mal wieder. Bis denn, haut rein. Autobahn, Polizei, Simulator 3 und so, ne? Ciao.